Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ich nehme eine Abkürzung. Aber man darf ihn nur von vorne ansprechen. Er ist nütig, verständnisvoll und tolerant gegenüber Fremden. Fröhliche Weihnachten. Aber alles hat natürlich seine Grenzen. Ich komme in Frieden. Drei bewaffneten Männern wurde die Kehle durchgeschnitten, bevor sie den Revolver ziehen konnten. Wer oder was kann sich so schnell bewegen? Außerirdische. Sag das nochmal. Bist du verrückt geworden? Das ist wahr. Du solltest zum Psychiater gehen, Jack. Dein Außerirdischer besorgt sich, das Heroin, um Menschen zu töten. Was willst du ihm erzählen? Die nette Geschichte von den Drogenhändlern vom anderen Stern, hä? Pass auf! Der menschliche Körper hat doch eine elektrische Ladung, richtig? Man stellt also die CD darauf ein und... Können Sie mir erklären, was hier los ist? Ja, soweit es Sie betrifft, ist dieser Fall abgeschlossen. Das sind jetzt nicht mehr unsere Probleme. Das ist ein beschissener Tag. Ich komme in Frieden. Ich komme in Frieden. Dolph Lundgren. Und du gehst in Frieden. Ich komme in Frieden.